Arco ist spezialisiert auf die Herstellung von präzisen Kunststoff-Spritzgussteilen. Wir wurden vor knapp 70 Jahren von meinem Urgroßvater gegründet, von der Entwicklung über den eigenen Werkzeugbau bis hin zur Serienproduktion und nachgelagerter Veredelung, bei uns geschieht alles aus einer Hand. Wir setzen Pfeilungsprodukte vor allen Dingen in der Montage und in der Spritzerei ein. Der CRX entleistet unsere Mitarbeitenden deutlich. Monotone oder körperlich anstrengende Aufgaben übernimmt jetzt der Roboter und das steigert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Sicherheit im Betrieb. Und gleichzeitig bietet er uns auch sehr viel Flexibilität. Durch seine einfache Bedienoberfläche kann er schnell und einfach in verschiedenste Produktionsprozesse eingebaut werden. Wir haben hier von FANUC ca. 30 Spritzgussmaschinen und 8 von dieser Maschine sind mit den Robotern ausgestattet. Die Maschinen sind wirklich sehr energieeffizient. Sie sind wartungsarm und diese Maschine laufe, laufen und laufen. Wir entwickeln uns mit FANUC immer weiter. Zuerst haben wir bei FANUC einfach nur eine Maschine gekauft und mittlerweile hat sich daraus wirklich eine wunderbare Partnerschaft entwickelt. Also man kann gemeinsam Lösungen finden. Es gibt eigentlich nichts, was sich nicht lösen lässt. Gemeinsam mit FANUC haben wir integrierte Ablagewege und Förderwände entwickelt, die der Roboter direkt erkennt, wenn man ihn über einen speziellen Stecker anfließt und der Roboter und die Maschine, gleiches Fabrikat, funktioniert natürlich tipptopp. Die Zusammenarbeit mit FANUC ist hervorragend und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch weiterhin zusammenarbeiten und noch weiterhin tolle Lösungen finden. Barrett zu erreichen, wenn man den Schließungsrechnung macht. Überdurch, dass wir uns für die Vorhloveig sind, aber Herz schlafen machen. Und dann noch einmal なdetkan uns, wenn wir damit auch wissen, dass wir die Basir im Anfang vom ersten Mal etwas mehr sagen wollen. Das ist jetzt nicht so gut.